Ich sah mich gezwungen, das vom Führer über das Osterwochenende abzusetzen, weil sich die Tabletten ohnehin nicht ausgegangen wären. Gut, es ging mir davor schon ziemlich mies, aber nach dem Absetzen ging es mir gravierend schlechter. Und ich habe heute beim Einsteigen ins Auto das rechte Bein nicht mehr gehen können. Da schon fast geflenkt und auf der Fahrt zur Arbeit wieder mit der Idee kokettiert, mich abzurordnen, gegen einen Baum zu fahren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch in meiner psychischen Verfassung. Ostern ist von mir ein Fest und ich erziehe mich dem Ganzen. Das geht mit meinen Schuldgefühlen nicht einher. Ich habe im Büro heute zu hören bekommen, dass man mir überhaupt nicht ansehen würde, wie schlecht es mir geht. Schön, jetzt bin ich sozusagen schlank und scheinbar macht mich das nach außen hin in irgendeiner Form vitaler. Es hat aber keinerlei Aussagekraft darüber, wie lange ich heute vom Auto bis zum Hausarzt gebraucht habe ich. Drei Schritte und dann muss ich stehen und wieder drei Schritte und wieder stehen. Dann wird es sich ja um das Zehnfache verschlechtert. Wenn ich da an das Training von vor ein paar Wochen denke, wenn ich hier im Haus auf und ab marschiert bin, in einer Geschwindigkeit oder das Treppentraining. Ich weiß nicht. Und die Schmerzen im Oberschenkel sind, so man dem Internet glauben darf, höchstwahrscheinlich eine Zehrung der Adduktoren. Es ist total lächerlich. Ich habe die Sportlerverletzungen und ich mache doch gar nichts. Ich bin doch zu nichts in der Lage. Tina hat mich gestern besucht, unerwarteterweise. Ich habe mich mit ihr unterhalten und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich irgendetwas machen muss. Auch wenn mein Analytiker dies für schlecht befunden hat. Ich werde jetzt, sobald es möglich, versuchen eine Familienaufstellung zu machen. Und im besten Fall habe ich noch irgendwo die Gelegenheit, eine Rückführung machen zu lassen. Ich kann so nicht mehr. Ich muss endlich wissen, wo die Schuld tatsächlich wohnt, wem sie sozusagen gehört. Weil ich denke nicht, dass es meine eigene ist. Ich habe mich auch wie heute wieder abgestellt und mir dessen bewusst, dass ich immer mehr nehme. Ich habe mich verletzt. Zweimal. Die ersten 15 Schnitte bluteten nicht. Und ich trank und trank und die Sonne tat es ihre und heizte mich auf. Und dann eben noch ein zweites Mal verletzt. Die Klinge umgedreht, eine neue Kante. Für eine kurze Zeit glich ich einer abgestochenen Sau. Aber es betäubt nicht. Es stellt die Gedanken und die Schuldgefühle, die in meinem Kopf kreisen, einfach nicht ab. Scheinbar kann ich nichts mehr retten. Das ist jetzt vermutlich der 20. Anlauf und ich werde mir echt Mühe geben, freundlich zu bleiben. Allem Anschau nach meinen gewissen Personen in meinem Umfeld über mich aus dem Nähkästchen plaudern zu müssen gegenüber anderen. Und sich dann so ihre Theorien zusammen zu spinnen. Der neueste Karlauer ist, ich sei meinem Analytiker hörig. Klar, jeden 7. und 15. des Monats kackt er mir ins Hirn und guckt dann zu, wie unter Treibhausbedingungen sozusagen Pilze sprießen in meiner Birne. Wie zum Beispiel der Wechsel vom einen Krankenhaus zum anderen oder noch viel bedenklicher die Reha nach 14 Jahren der Reha-Abstinenz. Klar, also wenn das der Inbegriff von Hörigkeit sein soll, sorry, ich habe mal anderes Verständnis von dieser Welt und diesem Wort. Aber es spielt keine Rolle. Denn jede meiner drei Therapien, die ich bis jetzt durch habe, stellte in irgendeiner Form einen Stressfaktor, wenn ich sogar einen Aggressor für meine Umwelt dar. Bei der ersten Therapie gab es so Stilblüten wie, deine Therapeutin hetzt dich gegen mich auf. Die zweite Therapeutin wurde kontinuierlich schlecht geredet. Und Markus bin ich jetzt eben hörig und es fallen so große Worte wie Sektenführer. Klar, scheinbar hatte ich das wieder mal nötig. Man musste mit einem Neonstiff Fett unterstreichen, dass ich erst drei Jahre alt bin und man kann die Dinge ja nicht mit mir regeln. Ich weiß ja nicht, wie es mir geht und vielleicht sind die Therapien deswegen so ein Problem, weil es in den Therapien eben mal um mich geht und nicht um alle anderen. Gut, ich habe eins auf dem Deckel gebraucht. Ich möchte mich recht herzlich bedanken und somit endet hier meine Freundlichkeit. Ich war gerade bei meiner Frauenärzte und bin dort elegant zur Eingangstür hineingesegelt, weil ich meine Füße nicht mehr heben kann. Ich habe da eine schöne Bruchlandung hingelegt. Ich bin eigentlich, ich bin nur noch lachhaft und peinlich. Ja klar sind dann zwei wartende Patientinnen aufgesprungen und wollten mir sofort hoch helfen und ich lag da zur Zeit verknotet und musste erst meine Beine sortieren. Ja, ich bin am Boden angekommen. Dann habe ich da noch rumgeheult, 20 Minuten lang und habe versucht dagegen anzukämpfen, weil mir das auch peinlich war. Und meine Ärztin hat mich wieder umarmt und mir einen Kuss auf die Backe gedrückt und auch Bianca und auch Mädchen. Ich werde von Überlebenden immer wieder gefragt, warum ich mich denn unbedingt erinnern möchte. Sie wären froh, wenn diese Erinnerungen nicht omnipräsent in ihren Köpfen vorhanden wären, weil ich nun angesichts des körperlichen Desasters am Abgrund stehe und in mein Grabloch hinunter gucke, weil ich wissen muss, wem die Schuld gehört, um entscheiden zu können, ob ein Leben sich lohnt oder eben nicht. Ich habe viele Artikel gelesen über die multiple Persönlichkeit und habe auch gelesen, dass es heftige Diskussionen gibt, was die Diagnose betrifft. Fest steht, dass in meinem Fall Ego-States vorhanden sind. Gestern ertappte ich mich morgens sogar dabei, dass ich mit mir selbst redete wie mit einem kleinen Kind und ihm versuchte, den Tag zu erklären, um ihm die Angst zu nehmen. So dieses Kind vorhanden ist, dieses Kind schweigt und Rumpelstilzchen sorgt noch zusätzlich dafür, dass es nichts sagt, nichts verrät. Wie in einem der Artikel stand, um den Täter zu schützen. Es wird seinen Grund haben, warum ich im Rorschach-Test in jedem einzelnen Klecksbild zerrissene Frauenunterleiber gesehen habe, die sich unter Schmerzen winden und in die etwas eingeführt wird. Ich komme mit dem Erinnern allein nicht voran und habe vor ein paar Tagen beschlossen, dass ich, so es mir die Krankenkasse ermöglicht, doch in diese psychosomatische Klinik gehen möchte. Ich brauche eine Therapie und habe keine 50 Euro für 50 Minuten, die mich nicht weiterbringen. Mein Körper stirbt. Mein Körper stirbt jeden Tag ein Stückchen mehr und ich kann dem nichts entgegensetzen. Die neuropathischen Schmerzen werden immer stärker und wandern das linke Bein hoch und runter und hoch und runter und ab und zu auch noch im linken Arm. Ohne mein Traumal wäre ich aufgeschmissen. Ich wäre schon längst wahnsinnig geworden. Ich habe keine Angst, vom Traumal abhängig zu werden. Sehr wohl aber davor, dass sich die Wirkung abnutzen könnte. Der Sturz am Mittwoch war nun ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt noch gefolgt ist. Ich habe mir da gedacht, nimm die Kamera nicht mit. Meine Intuition hat mir das gesagt. Ja, ich war so dumm und habe sie mitgenommen, weil sie nach hinten ging. Und dann auf den letzten Meter in meinem Rückweg habe ich eine Bruchleitung hingelegt und die Kamera kaputt gemacht. Um mir noch schön alles zu nehmen, was mir noch irgendwas bedeutet. Gestern, ja es ist nicht abzustalten, ich hielt mich nicht aus. Ich hielt diese ansteigende Unruhe nicht aus, wie ein Level erreicht. 30 Milligramm Meter Zarpin zusätzlich zu einer Dreiviertel Dosis Traumal. Ja, hat schön reingehauen. Und ich wollte noch aufs Klo gehen, bevor ich aufs Sofa dann nieder senke. Ich kam bis zum Türrahmen, dort habe ich eine Pirouette gedreht und bin dann wie ein Gefällterbaum umgekippt und mit dem Hinterkopf hart auf dem Fließenboden aufgeschlagen. Und dann lag ich da und bekam mal zwei Minuten lang keine Luft mehr und währenddessen unter meinem Kopf schon eine Blutsuppe. Ich bin dann auf allen Vieren ins Wohnzimmer gekrochen und habe meinen Bruder angerufen und gefragt, ob er Dienst hat. Er kam dann gleich mit seinem Spezialkoffer an und guckte nach, ob ich eine Platzrunde habe oder ob ich genäht werden muss und ob ich ins Krankenhaus muss. Ich war dann abends um sieben, bin ich weggetreten. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch die Wirkung von der Tablette war. Und um vier, wir haben auf dem Sofa geschlafen. Ich nehme mir mal an, es war so um vier, ich konnte nicht auf die Uhr gucken. Da hatte ich zwei Flashbacks hintereinander und wieder von der Sorte, die alles erklären. Und ich konnte für einen Moment festhalten, was es war. Ich habe da irgendwelche Bilder aus meiner Erinnerung gesehen, aus meiner Kindheit, das weiß ich noch. Aber es war danach wieder alles weg. Ich bin heute Morgen ins Bad gegangen und dann im Flur wieder umgefallen. Ja, jetzt lässt mich mein rechtes Bein auch noch im Stich. Und ich lag auf dem Boden und habe geheult und Sebastian stand daneben hilflos und wusste nicht, wie er mir helfen soll. Und gefragt, warum das jetzt plötzlich so radikal bergab geht. Ich weiß es nicht, weil Rumpelstilzchen gesagt hat, er wird es mir heimzahlen, es war erst der Anfang. Ich würde so unendlich gerne Überdosis schlucken. Ich denke, jetzt habe ich den Punkt erreicht, aber ich würde mir damit die Reha versorgen, ich weiß sowas. Und jeden Tag Suizidgedanken um mehr und mehr und mehr und mehr. Das ist der Endpunkt. Eines meiner Bilder wurde heute abgeholt. Es soll versteigert werden mit anderen Kunstspenden und der Erlös kommt hier in Not zugute. Doch ich habe das Warten auf den Herrn, der es abholen wollte, schon nicht ausgehalten. Und als dann mittags noch der Anruf aus der Neuro kam, dass mein morgiger Termin verschoben werden muss, eskalierte ich. Eine volle Dosis Dramal, gefolgt von 33 Schnitten. Noch eine volle Dosis Dramal, gefolgt von 40 Schnitten. Gerade eben in der Wiese zweimal hintereinander umgekippt und kaum in der Lage wieder aufzustehen. Was denke ich, was meine Ärztin noch tun kann? Drei Schrauben in meiner Birne anziehen und dann ist wieder alles in Ordnung? Mein Leben ist im Arsch. Was will ich mir da noch schönreden? Ich bin am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ob ich einen Grund brauche. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, weil mein Körper mir gerade seinen Dienst quittiert. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich Donnerstag Termin habe und ich immer vor Krankenhaustermin austicken muss. Vielleicht liegt es dran, weil ich denke, dass mir nichts mehr helfen kann. Ich hatte heute Nacht einen interessanten Traum. Wieder bin ich vom Gasthaus weggelaufen und wurde verfolgt. Und dies führte beim Diktieren des Tagebuchs dazu, dass mein inneres Kind zu Wort kam und seine Sicht der Dinge wiedergegeben hat. Ich kann und darf das nicht preisgeben aus diversen Gründen. Ich denke, hätte ich diese Sache heute Morgen mit einem Therapeuten aufarbeiten können. Vielleicht hätte ich es dann nicht gemacht. Wenn ich es mache, dann bin ich gründlich. Ich habe sogar Seractyl geschluckt in der Hoffnung, dass es die Blutverdünnung sozusagen gewährleistet und die Blutgerinnung stoppt. Ich habe nach den ersten vier Schnitten meine neue Klinge gegönnt. Und davor beim heiß Baden des Arms im Spiegel mein Gesicht nicht erkannt. Auf die vier Schnitte folgten mit der neuen Klinge 22. Dann nochmal 14, dann nochmal 12, dann nochmal 10, immer mehr und immer mehr. Weil es nicht reicht. Es reicht einfach nicht, weil ich nicht tief genug schneide. Und der Umstand, dass ich mir letztens bei einem Versand für Krankenhauszubehör Petrischalen bestellt habe, in die ich meine Farben jetzt immer gebe. Und die netten Herrschaften mir einen Katalog mitgeschickt haben. Das war ein Fehler. Ich habe dann gesehen, wie günstig Wegwerfskalpelle sind. Und heute Morgen schon wieder mit dem Gedanken gespielt, mir welche zu bestellen und allein mir vorzustellen, wie ich dieses Ding am Arm ansetze. Das löst einen wohligen Schauer aus. Gut, jetzt habe ich mein schönes geometrisches Muster von gestern in seine Einzelteile zerlegt. Aber ich blute halt nicht. Es will nicht bluten. Und es wird nie reichen. Und die Spirale dreht sich und dreht sich und kommt irgendwie zu keinem Ende. Jetzt 20 Tropfen Dramal. Die Abenddosis wäre ohnehin bald angestanden. Und ich gucke auf das Gesicht und ich weiß es nicht. Habe ich, empfinde ich irgendwas? Habe ich Empathie? Tut es mir leid? Ich bin irgendwie unsagbar tot. Und wer die Reha nicht, wie ich es gerade in meinem Tagebuch geschrieben hatte, ich würde schon meine Grenzen mal austesten mit einer kleinen Dosis. Jetzt gebe ich einfach nur am Donnerstag beim Blutabnehmen wieder ein grandioses Bild ab. Ich hasse mich. Ich hasse mich einfach. Heute Termin im Krankenhaus, um das zu erwartende Debakel bei der Blutabnahme. Ich hatte seinen Lauf. Ich hielt immer den rechten Arm hin. Aber da die drei Ärzte, die ich verschlissen habe, rechts nichts finden konnten, wollten sie natürlich allesamt, jeder einzelne, mal den linken Arm begutachten. Die Ärmel wurde hochgeschoben und kommentarlos wurde dieses Massaker auf der Haut hingenommen. Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Du bist so eine feige Sau. Du schneidest nie richtig. Denkst du, das ist die richtige Bestrafung. Und so weiter und so fort. Die anwesenden anderen Patienten, denke ich mal. Vor allem die Frau, die mir dann gegenüber saß. Die hat schon geguckt, die hat mich angestarrt. Aber ich habe nicht gewagt, sie anzusehen. Raus da und schnell den Ärmel lang gezogen. Dann warten, bis ich dran war und mein Gangbild sprach Bände. Da musste ich nichts dazu erwähnen. Aber ich kam nicht dazu, um Kortison zu betteln. Meine Ärztin biede, dass die MRTs der letzten Jahre einfach gleichbleibend sind. Dass das letzte MRT für meine lange Erkrankung total schön aussehen würde. Harmlos. Als ich meinte, diese neuropathischen Schmerzen zu haben und sie beschrieb, gab sie mir in meiner Theorie recht, dass das wohl eher auf eine Nervengeschichte zurückgeht, also dass ich mir im Kreuz was eingeklimmt habe. Zu meinen Stürzen sagte sie, ich solle mir einen Rollator besorgen. Und die Sache mit der psychosomatischen Klinik, das fand sie gut und teilte mir auch mit, dass sehr häufig Symptome der MS in die Schuhe geschoben werden, die eigentlich nichts mit der Krankheit zu tun haben. Und dass es in meinem Fall sicherlich an der Zeit wäre, nach anderen Gründen Ausschau zu halten. Meine Chefin hat mir gestern eine Flasche Billis geschenkt, weil sie, wie sie sagte, jeder der weiblichen Schlüsselkräfte zum Muttertag ein kleines Präsent machen würde. Ich schätze dann, nachdem ich mich bedankt hatte, das ist ja praktisch. Ich habe vor kurzem beschlossen, dass ich mit dem Saufen anfange. Wie ernst mir das ist, das hat sie wohl nicht gemerkt. Seitdem ich zu Hause bin, trinke ich auch ein Gläschen nach dem anderen. Gegen den ausdrücklichen Rat des Beipackzettels, in dem steht, dass man Opioide nicht mit Alkohol mischen darf. Dabei bin ich noch ganz wattig im Kopf von der Überdosis heute Morgen. Hauptsache ruhig stellen, ich muss mich Hauptsache abstellen. Und in meinem Posteingang lag gerade eben eine Benachrichtigung. Ich habe im April bei einem Kunstwettbewerb für junge Kunst teilgenommen, des Esselmuseums. Ja, ich bin, wie ich gerade mitgeteilt bekommen habe, unter den ausgewählten 50. Aus deren Reihen wieder 15 bis 20 weitere ausgewählt werden, deren Bilder dann oder Kunstwerke im Esselmuseum gezeigt werden. Ich spüre nichts mehr. Ich kann nicht sagen, dass ich mich freue, ich fühle einfach nur nichts. Und vielleicht ist es auch gut so, denn sonst wäre ich hier amok gelaufen, seitdem ich zu Hause bin. Die Ärztin meinte auch, Wartezeiten für Bad Aussee wären sehr lang und ich sollte alsbald den Antrag stellen. Was tue ich jetzt hier? Ich sitze auf der Wartebank, wie immer. Und ich weiß nicht, worauf ich noch warten soll. Ich weiß es einfach nicht. Mein Leben scheint nun an die Wand gefahren. Ich war kaum in der Lage, das Bild abzuschließen. Meine Hand wollte einfach nicht mehr. Selbst der Besuch der Herrschaften aus dem Esselmuseum am Donnerstag war nur ein kurzes Aufatmen. Weil ich mich anschließend ohnehin wieder in meine Einzelteile zerlegen musste. Selbst zweifelnd untergehend. Selbst zweifelnd untergehend. Den Befund aus Graz konnte ich nicht beilegen, weil ich ihn immer noch nicht erhalten habe. Jetzt müssen sich die netten Menschen in Eisenstadt mit jenem von Psychosomatika und dem von Markus bedienen. Und sollten sie die Reha ablehnen, dann habe ich meine letzte Karte verspielt. Dann war es das endgültig. Bei allem was ich tue, überall wo ich bin. Ich sehe mir alles an, als wäre es das letzte Mal. Was ist von mir übrig geblieben? Was ist von mir volta? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin gerade komplett in eine totale Krise gestürzt, weil ich mich vor den Fernseher gesetzt habe und dann ging es in der Vorschau um Filme über eine vergewaltigte Frau und dann ging es weiter mit irgendwelchen sexuellen Anspielungen und dann war da ein Kondom. Ich habe angefangen zu essen und noch mehr zu essen und dann sah ich diese Dinge und habe gemerkt, dass ich damit nicht klarkomme. Und ich will eigentlich noch mehr essen, ich will alles wieder ausspucken. Und ich bin jetzt so dermaßen asexuell und ich habe das Gefühl, in mich führt gerade jemand irgendwas ein und steckt irgendwas in mich rein und ich finde mich so dreckig und ich will noch mehr essen und alles rauskotzen. Irgendwie in meinem Traum heute Nacht schon so angewidert gefühlt, als der vermeintliche Täter, dessen Namen ich nicht nennen darf, mir einen Traum in den Rücken gekniffen hat. Und ich saß an dem Tisch und ich war zwiegespalten. Da saß meine depressive Seele und da saß mein Körper und mein Körper ließ sich von dem Täter bezahlen. Die Seele ist wenigstens aufgestanden und weggelaufen, weil der Körper blieb sitzen und hat sich anfassen lassen. Das sind die Momente, wo ich weiß, dass mir das nicht eingeredet wurde. Aber ich erinnere mich einfach nicht. Ich erinnere mich einfach nicht.